Jawoll. Nächste Woche ist es wieder so weit. Das Simson Treffen zu geht in die vierte, fünfte Runde. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir haben irgendwann mal angefangen für euch die Crossstrecke zu bauen. Das haben wir jetzt dieses Jahr wieder für euch vorbereitet. Ich bin auch wieder selber mit vor Ort. Letztes Jahr konnte ich leider nicht. Tut mir schrecklich leid. Ich habe auch dieses Jahr mal etwas Kleines für euch vorbereitet. Ich habe die Zweckhörn mal ausgepackt, die wir hier mal zum Rennfahren nehmen. Das letzte Mal im Winter. Und die sind direkt angesprungen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich bringe die mit. Jeder, der seinen Ausweis vorlegt, kann die gerne mal bei uns Probefahren auf der Strecke ein bisschen rumriemen. Und ansonsten freue ich mich über alle, die die Rennen mitfahren oder mal einfach nur ein Training. Dann haben wir noch ein bisschen Beschleunigungsrennen. Ansonsten ist das Treffen dieses Jahr so, dass wir bestimmt, naja, ich hätte das mal so irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Zuschauer kommen werden. Wir haben also eine ganze Menge Zuschauer. Also es lohnt sich mal richtig, hier die Knochen zu verdrehen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Wochenende. Sport frei! Ich freue mich auf euch.